Kfz-Helpline.de, das Internetportal rund um Ihr Kfz, präsentiert Ihnen Auto und Verkehr. Jeder Autofahrer sollte sich bei diesen Bildern einmal hinterfragen. Eine Unachtsamkeit und schon ist es passiert. Die Unfallforschung der Versicherer hat zusammen mit der DEKRA einige Crashtests durchgeführt, die ganz deutlich zeigen, was in alltäglichen Situationen mit Zweirädern passieren kann. Man sieht hier, dass selbst bei gar nicht so großen Geschwindigkeiten von etwa 20 kmh auf beiden Seiten die Aufprallwucht ganz enorm ist. Das heißt, der Radfahrer hätte in diesem Fall zwar bei dem Erstaufprall auf den Pkw wahrscheinlich nur Verletzungen an seinen Beinen davon getragen, dann fliegt er aber in einem Riesenbogen auf den Asphalt und man darf nicht glauben, dass man einen solchen Sturz abfangen kann. Und man wird hier dann mit dem Kopf auf das Pflaster aufschlagen und das hat in der Regel lebensbedrohliche bis tödliche Verletzungen zufolge. Das sind Bilder, die jeden Zweiradfahrer anstoßen sollten, zumindest einen Helm bei jeder Fahrt aufzusetzen. Denn selbst mit kleinsten Geschwindigkeiten verliert der menschliche Körper gegen Autotüren, Motorhauben und A-Säulen. Die Folgen könnten dann ins Unermessliche steigen. Der Helm schützt einen natürlich auch nicht immer und zu 100 Prozent. Die Wahrscheinlichkeit, dass er diesen Unfall überlebt hätte, ist aber mit dem Helm viel, viel größer als ohne. Insbesondere dann natürlich, wenn man mit dem oberen Schädel aufprallt und das wäre hier der Fall gewesen. Wir haben in allen anderen Bereichen einen deutlichen Rückgang der Getöteten. Bei Radfahrerunfällen ist das nicht der Fall. Wir müssen natürlich gucken, woran das liegt. Und einer der wesentlichen Unfälle zwischen Radfahrern und Autofahrern ist dieser Abbiegeunfall. Und gegen den kann man natürlich was tun. Dafür müssen wir aber wissen, wie er abläuft. Gefahrensituationen treten plötzlich auf. Meistens ohne Vorwarnung. Um schnell und vor allem richtig zu reagieren, braucht es eine Menge Glück. Aber auch das Wissen, wie man es richtig macht. Autofahrer müssen vor allen Dingen sich darüber klar sein, welche Masse sie da bewegen und wie verletzlich Radfahrer sind. Und das heißt, dass sie beim Abbiegen lieber zweimal oder dreimal schauen, ob sich irgendwo im toten Winkel, ob sich irgendwo im Bereich der B-Säule ein Radfahrer versteckt hat. Und das kann man nur wissen, wenn man langsam fährt und zwei- oder dreimal guckt. Der Radfahrer muss wissen, dass er immer den Kürzeren zieht. Und das heißt, auch wenn er im Recht ist, bremsbereit sein, im Zweifel zurückstecken. Das sichert Leben. Also es ist klar, dass wir keine unfallfreie Verkehrsführung bekommen werden. Es gibt immer menschliche Fehler, aber man kann vieles besser machen. Und das Wichtigste ist, dass wir die Verkehrsführung so gestalten, dass Radfahrer und Autofahrer sich sehen können. Und das heißt in aller Regel, der Radverkehr muss auf der Straße geführt werden, beispielsweise mit einem Radfahrstreifen, der abmarkiert ist. Dann haben wir einigermaßen Sicherheit. Selbstüberschätzung ist bei vielen Autofahrern ein ständiger Begleiter. Ob bei Fahranfängern oder langjährigen Vielfahrern. Bei allen sollte das Bewusstsein gestärkt und vor allem auch sensibilisiert werden, dass immer und auch zu jeder Zeit etwas Unvorhergesehenes geschehen kann. Die richtige Reaktion kann dabei Leben retten.